Vara Hasana, die Wildschweinstellung, ist die Bezeichnung für verschiedene Hatha-Yoga-Stellungen. Raffaella zeigt drei davon. Vara Hasana gehört zu den sogenannten Vaishnavasana und gemäß verschiedener klassischer Hatha-Yoga-Texte sind es ganz unterschiedliche Positionen. Vara Hasana 1. Lege dich auf die Seite. Dann beuge die Knie und ziehe die Knie zu dir hin. Beuge auch die Ellbogen nach vorne und gib den Kopf auf die Hände. Die Fersen sind dabei am Gesäß. Das ist Vara Hasana Nummer 1. Vermutlich eine Stellung, wie Wildschweine auf dem Boden liegen können im Wald. Vara Hasana 2. Komme zu einer Hockstellung. Die Füße zusammen und die Fersen sind am Anus. Du kannst dabei entweder auf die Zehenspitzen kommen oder wenn du kannst auch die Fußsohlen flach auf den Boden. Die Knie sind dabei ziemlich weit oben. Dann bringe die Hände zusammen, Handflächen zusammen. Bringe sie erst nach oben und dann nach hinten und gib die Ellbogen neben die Ohren und die Handflächen zusammen hinter dem Rücken. Das ist Vara Hasana 2. Vara Hasana 3. Setze dich auf deine Po-Backen und bring die Fußsohlen auf den Boden, die Knie nach oben. Gib dann die Arme an die Innenseite der Beine, die Ellbogen an die Innenseite der Waden und gib dann die Hände auf die Schultern. Das ist Vara Hasana 3. Die Ellbogen sind dabei sogar zusammen und die Ellbogen nach Möglichkeit in der Nabelgegend. Alle drei Stellungen sind also Vara Hasana Wildschweinstellungen.